vivekasana die stellung der unterscheidungskraft ist eine einfache variation des sprinters vom vierfüßlerstand ausgehend bringe den linken fuß zwischen die hände halte aber den rechten oberschenkel senkrecht das heißt du könntest ein bisschen weiter nach vorne genau und halte die fingerspitzen auf dem boden manche können auch die handflächen auf dem boden halten und schaue dabei entweder nach unten oder nach vorne warum heißt diese stellung jetzt vivekasana zum einen könnte es sein dass sie nach swami vivekananda benannt ist der zum einen gut verankert war auf der erde und zielgerichtet nach vorne geschaut hat sami vivekananda war wieder sprinter der die bewegung des yoga begonnen hat aber es gibt noch einen anderen guten grund du bist verankert mit allen vieren auf der erde und du schaust nach vorne und bevor du loslegst bevor du startest gilt es einen moment inne zu halten manche menschen bekommen einen impuls und handeln sofort darauf manche fühlen sich irgendwo gekränkt und tun dann etwas was sie nachher bereuen vivekasana soll heißen halte manchmal inne und erst wenn du nachgedacht hast und wieder zu guter unterscheidungskraft gekommen bist dann setze deine impulse in die tat um looked masters oder wenn du nach vorne sagst來